Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch es kann keinen Frieden geben, wenn die Welt selbst von Rasereien verschlungen wird. Ein uraltes Übel erhebt sich, entschlossen Nazareth in den Grundfesten zu erschüttern. Und die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Während die Elemente hemmungslos wüten, haben sich Kalimdor und die östlichen Königreiche verändert. Uralte Länder sind zerrissen und die Zerstörung weitet sich aus. Doch auch neu gefundenes Leben erwacht. Neue Konflikte drohen, da alte Feinde um die Kontrolle schwindender Ressourcen streiten. Im Herzen des Ozeans wütet endlos der Mahlsturm. Viele Inselbewohner des großen Meers verloren ihre Heimat und suchen Zuflucht vor dem unbarmherzigen Aufruhr. Diese verstreuten Flüchtlinge strandeten auf den verlorenen Inseln und ringen nun mit einem fremdartigen Feind. Doch im Moment größter Not fanden die Goblins von Kesan neue Verbündete. Die Hornen. Indes, während die Zerstörung weit entfernte Ecken der Welt verschlingt, wurde der Graumänenwall, der uralte wehrhafte Eingang zum Menschenreich Gilneas, zerstört. Doch die, die einst Menschen waren, sind nun zu mehr geworden. Während die elenden, verlassenen Gengilneas marschieren, erscheint ein uralter Verbündeter, um die grausamen Worgen in die Allianz zu führen. Während die Welt am Rand des Abgrunds steht und der Streit um die Vormacht zum Kampf ums bloße Überleben wird, haben die Helden der Welt neue Wege gefunden, Ruhm zu ernten. Indem sie sich jenen stellen, die die Zivilisation zerstören wollen. Und sich mutig in die freigelegten, vergessenen Bastionen der Vorzeit warten. Die Welt ist zerbrachen. Ein neues Zeitalter bricht an. Hoffnung ist das Einzige, was Allianz und Horde bleibt. Todesschwinge ist zurück. Sie versuchen, die Welt geling in Mini Finstan Ahmad auseka! Sie MX RAInKS Sie werden die bisherige Iquart für Gäste aufgelassen. Das ist wahr, dass Sie aber nicht glaubte aus dem gesamten Gäste erwartetenprenden? Schlag gedreže nombre! matter proch! Am Ende des Lebensbasistens ste I footballer importantes